Der kürzlich präsentierte Sterlt-Bomber der USA hat noch keinen einzigen Flug absolviert. Dass die Entwicklung des neuen B-21 Raider ziemlich viel Geld kosten würde, war von Anfang an klar. Dass bereits kurz nach der Präsentation des neuen Sterlt-Bombers weitere hunderte Millionen Dollar notwendig werden, ist dann doch etwas überraschend. Die US Air Force hat um 241,12 Millionen Dollar angesucht, damit das Flugzeug, das noch keinen einzigen Flug absolviert hat, modernisiert werden kann. Der Erstflug des neuen Tankkappenbombers wurde kürzlich verschoben, soll aber noch heuer stattfinden. Wie aus dem Budget der US Air Force hervorgeht, soll das zusätzliche Geld dafür verwendet werden, den B-21 Raider mit neuartigen Marschflugkörpern kompatibel zu machen, wie Teewa-Zone berichtet. Dabei handelt es sich um die sogenannte Longrange-Standoff-Missile, LRSO. Die LRSO befindet sich ebenso noch in Entwicklung und wird frühestens 2030 einsatzfähig sein. Dieser Marschflugkörper ist dazu gedacht, die alternden Atomraketen AGM-86B zu ersetzen, die bereits seit den 1980er Jahren eingesetzt werden. Die neue LRSO soll wie der B-21 Raider fortschrittlichen Tarn-Eigenschaften aufweisen. Sie soll dazu dienen, auch jene Ziele treffen zu können, die sich tief im feindlichen Gebiet befinden. Die Longrange-Standoff-Missile soll auch von dem legendären B-52-Bomber aus abgefeuert werden können. endez dean, wir wollen